servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas und ich bin heute mit nico im wunderschönen heidelberg es ist bombenwetter schaut euch an blauer himmel die sonne scheint zwar noch ein bisschen kalt also wenn man lange rum steht dann wird schon fresh aber in der sonne ist echt auszuhalten auf den trails in prime conditions die sind alle trocken und wir sind heute wirklich echt viel gefahren und auch echt ziemlich zügig gefahren richtig geil wir haben schon 1320 höhenmeter auf der uhr sind dementsprechend auch echt fertig es geht jetzt noch ein letztes mal hoch und wir setzen uns oben noch in die sonne und trinken gemütlich was dann haben wir 1400 höhenmeter und dann reicht's auch für euch gibt es jetzt aber die ganzen gopro clips vom tag heute noch ein paar echt nice abfahrten auf paar coolen trails gemacht und wie immer viel spaß mit dem video genießt die abfahrten und bis später auf jeden fall let's go was ist deine antenne vor allem waaaa alpha waaaaa Oh! 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 Hm. Wooh! Das sind so ztunke. alter die geht schon runter, Leute geil, Mann oh Gott so 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 oh so 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 alter geil so 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 alter so so wow 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 alter so 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 so